Hallo, ich bin Avita. Ein intelligentes Assistenzsystem, welches Kontext und Daten auf Basis automatisiert ist, und das ist eine gute Geschichte, die wir heute hier haben. Ach, lassen wir das. Ich denke, es reicht, wenn ich sage, dass ich zu deiner täglichen Unterstützung da bin. Na, neugierig geworden? Ich gebe dir gerne ein paar Beispiele. Also, als allererstes kannst du schon mal auf deinen alten Wecker verzichten. Ich bekomme jeden Tiefschläfer wach und habe auch vor morgen Wuffeln keine Angst. Wenn du es dann mal aus dem Bett geschafft hast, helfe ich dir mit dem aktuellen Wetter auf die Sprünge, damit du nicht bei minus 30 Grad mit Shorts aus dem Haus gehst. So, was steht als nächstes auf der Liste? Ah, na klar, Planung. Muss ich dazu noch groß was sagen? Egal ob Terminkalender, To-Do-Liste oder einfach nur der nächste Einkauf. Ich behalte den Überblick. Und wo wir gerade schon beim Einkaufen sind. Wie wäre es mit einem deiner Lieblingsgerichte für heute Abend? Ich suche dir das Rezept raus und schaue, ob wir dafür noch was kaufen müssen. Und wie jeder weiß, gutes Essen schmückt immer noch besser, wenn man sich davor gut verausgabt hat. Ich kenne eine ganze Menge Sportübungen für zu Hause. Aber wir können auch gerne zusammen einfach eine Runde joggen gehen. Das heißt, du joggst. Ich gebe dir moralische Unterstützung. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Aber ich hoffe, du hast einen guten Überblick. Ich würde mich freuen, dir in Zukunft eine Hilfe sein zu können. Und, naja, vielleicht werden wir auch Freunde. Z군. Z군. Dafür vill man mich auch schon auf. Zungen. Z19.